Okay, Frühstück. Ist das kalt? Ja, gut, gut, gut. Hey, Lufi. Sag's ruhig. Oh, der schlaft nicht so. Nee. Aber das habe ich ja mit den anderen hoch. Das ist ja nichts anderes, wenn ich die immer versuche, am Bett zu halten. Aber das war so weich heute. Irgendwie kam mir das Bett viel zu weich vor. Bestimmt durchgelegen. Zu voll. Da ist das oben besser. Na, das war besser. Wie so drei, vier Bettdecken übereinander. Naja, ein eigenes Bett von mir. Ja, ja, genau. Okay. Mit Kindern aufpassen. Diesen sensiblen Schlaf, den man hat. Das ist nicht gut. Und das seit 1998 bei mir. Ja. Ja, wir sitzen zusammen und frühstücken. Kross Eind. Dankeschön. Das hätte mir eigentlich gekriegt, dass ich die Gewürzkuchen aufgegessen habe. Gerade Gewürzkuchen gegessen. Die haben den Tee verändert. Finde ich voll blöd. 30% weniger Zucker. Das schmeckt man total. Wegen 10 Kalorien, ey. Das hätten sie auch lassen können. Ja, das schmeckt man. Das stimmt. Das hat es mir auch schon aufgefallen. Das schmeckt irgendwie anders. Aber ich habe nicht gelesen. Darauf steht noch ein bisschen Entzuckern. Wir wollen den Zucker auf die Liste der Drogen setzen. Mal gucken, wie weit sie damit kommt. Die Müll-Situation ist schon schlimm geworden. Wir haben eine zweite Weiß-Glass-Tolle, die wir gar nicht brauchen. Also, wenn sie weg ist, brauchen wir sie bestimmt. Aber, bunt Glas. Verpackung ist wahnsinnig viel. Und, und, ich weiß nicht, auf einmal. Ich meine, ich frage mich immer, woher das kommt. Und Pappe finde ich viel schlimmer. Weil Pappe wird so voll gebolzt jedes Mal. Das ist am Tag eins. Wenn das nicht abgeholt ist, ist das schon wieder eh eine Tonne. Komplett voll. Mit Popkartons. Und jemand macht sich da... Na, ich glaube, die bestellen alle wahnsinnig viel hier im Haus. So, bin wieder da. Ich zeig dir erstmal unsere Kunst. Es ist ja nicht so viel Zeit. Was? Ja, heute ist der Lieferant. Ich glaube, wir helfen zu viel. Wir haben einen Vater jetzt auch noch mal. Und dann noch mal ein linker Rückspiel. Wow. Noch mal ran. Das ist ja wieder eine Weilekolling. Ich denke, Mann. Was ist denn hier? Ach so. Oh. 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 Oh, ja. Oh, ja. Ja, ja. Musiker. Aber ich hab auch so einen geilen. Also das ist ja... Essenslich. Ne? Ja, das ist ja identisch. Ne? Marketerie. Na. Das Mal ist hier. Das ist gar nicht. Nein, Mal ist hier gekauft. Da hat sie ihre Sachen drin. Ah. Ich arbeite hier. Ja, man muss hier mit jedem Kunstsachen. Mann. Ja. Ja. Die fahren das Ding. Aber das ist ja nicht so selten. Weil wenn ich sehe, dann... Okay, da kommt der immer da hin. Ach so. Und die Rostschutzfarbe habe ich bekommen. Ja. Ja. Ich hab ja alles ohne Fett gemacht. Komplett trocken. Oder ohne Leihöl. Und dann hätte ich vielleicht Leihöl nehmen können. Weil das vielleicht... Ah, aber bei meiner Tochter, ey. Da löst sie's gar nicht. Ja. Team Service. So geil. Den Lenker. Ja. Na ja, Bezahlung mehr oder weniger. Ach so. Ach so. Der ist geil, der Lenker. Der ist leicht. Ja. Wiegt ja nix. Kaum was. Aber am leichtesten ist der, den ich da drin hab in der Vitrine. Der wiegt ja wirklich nischt. Der lecker. Irgendwie ist der Stand Lage? Nee, esse Bikeporn, ja. Hier haben wir mit dem Babybikeporn. Pow. Ein echtes Woom. In meinem Schok. Oh mein Gott nein. Das ist ja fast schon sehr, sehr nett. Und was haben wir hier von Problemen? Also wir nicht, aber der Kollege hat ein Problem damit. mikroschräubchen machen ja du kannst doch mal in den zug einländen das andere schalte günstig da wollte ich eigentlich hier machen kann ich auch frei machen dafür muss ich da brauchst du auch keine sitze erhöhung ja ach komm alter mann inau alter mann kaputter rücken bobby car bobby's auto ist schon wieder nicht jugendfrei zustand na selbstverständlich also 150 bekommen jetzt wurde allerdings totgefolgt knapp 40 euro in die reparatur stecken das macht wahrscheinlich jetzt auch gerne ich guck mal raus ich will mal wissen ob du das überhaupt haben willst ja ich will es haben dann komm vorbei und bring kohle mit ja wie viel denn ich will mich in seine kammer locken hab angst ein bisschen ich bringe manne mit ich bringe mann mit das sind auch wieder geschirr mit und so das sind hundegeschirr du musst mir mal sagen wo deine kammer überhaupt ist in der oberen straße das kann ich mir nicht merken schreibt mir das mal bitte auf den zettel ne ich schick dir mal noch eine sms hin das kommt doch nicht an wie lang sind deine die sind dafür ja wir sind nicht so lang wie deine ne die familie ist jetzt im urlaub ja ich bin ja eigentlich nur ganz sporadisch hier jetzt darf ich auch mitkommen ja darfst auch mitkommen aber ey brauch die adresse mann auf einen zettel händisch ich könnte ich frag dich nächste woche und du weißt gar nicht mehr wo der zettel ist hier komm schreib es mir hier auf komm ins buch tausendmal besser das ist doch ne das ist doch meine ansage da wies mal auf der typ mensch ernst ne 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 bleinstuft bleinstuft kannst du schnell rausraten ne 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 ich mag nicht außer du machst mal ne zeichnung wenn du mir ne zeichnung dazu machst dann kannst du den anderen nehmen wenn du mir ne zeichnung vom feller runter schreffen oder so dann kannst du ich hab mich schon auf ähm ich hab mich schon auf ähm ich hab mich bei der jones mit dem haufen äh 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 und äh wie jetzt nichts verkommens ich hab ihn gesehen ich hab ihn nicht mehr gesehen er ist herzlichst eingeladen mit deinen freaks zu meinem Geburtstag am 30. August Oktober meine Nummer hast du ja jetzt ich hab ihn ja nicht an das stimmt aber gar nicht dein Fahrrad also ich muss jetzt mal raus auf meine Bücher tschau 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 ja okay danke jetzt mach ich ich geh mich sehr zu mach ihm schwer zu mach ihm mir ja scheißegal bei mir erst mal so hier haben wir das Problem oh da waren sie wieder meine 50 Probleme die 50 na ca 48 oder so bitte nicht groß berühren alter Wurstkisten-Szenario ist ja Wurst-Opening wüstes Öffnen ja wieso hat's da mit mir liegen das schwer es geht da rum was soll damit sein wie werde ich das verkaufen die nimmt sie mit ach die macht selber geil dann reiß doch ab die Dinge komplett 10 Kilometer Sperrsystem so kann ich nur vor wääh 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 so eine kleine See gerade durchzufall wir wissen nicht ob ihnen runtergefallen ist ich hab alle gefunden also ihnen ist mir runtergefallen ich hab alle gefunden na mach doch na mach doch das kleine Rad kann ja erstmal woanders hin im Länderspiel Leute häng ein umlafa das wääh nach nach auch nach ach nach nach Ah, passt. 7 10 21 22 26 34 37 40 Es liegt hier noch einer auf meinem Stapel Fento von der anderen Seite Der ist mal nicht genau 40 dürften wir auf alle Fälle reichen für einen guten Lauf Die sind schön eng gepackt 40 Gehen wir mal von 40 aus Ey Komm mal raus hier Schloss Du störst Ups Den Zug wollte ich ja eigentlich nicht einschrauben Ich fasse nicht an der Stelle Läuft Hallo Ich brauche eine Platte Jetzt noch mal von vorne Jetzt noch mal von vorne Oh Ja Oh meine Knochen knacken Das gibt's ja auch nicht Hey Mein Lüppel Irgendwo funktioniert Moin Eieiei Ich bin ja gestern Fickende Sägesäuche Ich habe gebraucht Zum Einspeichen Ungefähr 40 Minuten Das ist nochmal Das ist die Prüfungsvorgabe Das ist die Prüfungsvorgabe Das ist die Prüfung Nein Ne Nee Das ist ein Schnellspinner für mich Ja Jeder Mangel ist mir gerade Ich hab immer weggerutscht. Ein zweit. Jemand hat Hunger? Ich glaube, ich hab auch Hunger. Ich brauch einen Toppull. Ich brauch einen Toppull. Ich brauch einen Toppull. Ich brauch einen Toppull. Jene Kugel. Die letzte. Da ist er. Im Fach daneben. Ich hab keine schlechte Laune. Du hast eine schlechte Laune. Ich hab eh Mühe. Wenn wir zu den Eltern sagen. Ich hab keine schlechte Laune. Du hast eine schlechte Laune. Du hast eine schlechte Laune. Du hast eine schlechte Laune. Ein bisschen Schnellspanner für mich bitte. Danke. Ja. Alles von unten angesteuert. Verdammt. Ja. Ist auch ein Toppull. Oder jene mit Umlenkung. Dualpool. Denk dran. Wenn eine Umlenkung dran ist, kannst du nehmen. Ja. Dann musst du halt nur den Zug verlängern. Schnellspanner, ja? Nee. Plastikadapter auf anderen Umwerfern. Hast du dazu welche? Schnellspanner haben wir? Schnellspanner liegen in der Schnellspannerkiste. Ich bin so geil. So genial. Und es läuft wieder. Es klackert wieder. Kein Freilauf mehr nach vorne. Aber ey. Es läuft rau. Die Lager sind durch. Boah. Haben wir denn ein Kettenschloss? Schauen wir mal. Guck, 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 guck. Erst, ob der wirklich passt. Guck erst, bitte. Äh. Der ist zu groß. Guck mal nicht. Der ist zu groß. Hast du vergessen. Der passt nicht. Ja, aber was andere haben wir nicht. Dann muss ich halt mal zwischenfüttern. Nee. Seht ihr nicht. Dann haben wir nichts. Da muss zu warten. Ha, ha, ha. Ja, da musst du doch eigentlich auch mal wegen dem Mikro. Ja. Wegen dem Mikro. Deswegen. Dann hab ich so da abgeliegt. Das ist nämlich der Kettenspann hat immer nur ein Mikro. Ja, jetzt ja. Ein Boom Boom. Tick, 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 tick. Boom. Boom. Shake, shake, shake the room. Check the room. Check the room. Check the room. Ach, schon zu fest. Ich hab's ehrlich. So. Hey. Feiert. Nee. So früh. Boah. So früh. So früh. Wird's schon rechtzeitig den Unkeli, oder? So ein rotes Käppchen. Na, das haben wir da oben. Oben, bitte. In der Mitte? Okay. Here we go, here we go. Dann brauch ich ja auch einen neuen Schaltstift. Here we go, go. Mal diesen geilen Bremsantrag. Ja, platte Reifen muss noch, ich mach der noch. Nur Reifen, oder? Krainer. Sch So, wir haben hier was fertig repariert. Sie können das jetzt gerne abholen. Genau, zeig mal. Sieht doch 1A aus, oder? 1A. Nimmt weniger Platz weg im Auto. Ey, das ist doch Schnellspanner, oder? Ist doch Klapprad, oder? Ey, machen wir Klapprad draus. Puzzle-Bike. Ey, machen wir Klapprad. Original Tommy's Puzzle-Bike. Pornos für Pyros. Lacken oder was? Ne, Alkoschrauber, kaputter Reifen. Ding-Dong. Boah, famous 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 kill man. Klapprad. Klapprad. Aber neben mir geht es. Oh, ich freu mich. Ist das zauber? Ist das ordentlich? Wunderbar. Aber es ist auch ganz schön warm. Lass mal die Heizung abdrehen. Ah, was ist das wohl? Tada! Tag ist von Anfang bis Ende ist Fahrrad. Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Immer nur Rad. Du, deine Räder. Gott sei Dank, ich habe keine Frau, die so ist. Eine sehr verständnisvolle, Arig. So, Achtung. Ist das gerade schon wieder gekauft? Ja, warte, zack. Hehehe. Fahrrad, lecker. Hm. 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 Tada! Und so, Trail, Flatbar. ProTab-Up. So geil. Danke dafür. Und hiermit verabschiede ich mich von euch hier heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Sagt der Tommi. Und jetzt freue ich mich über meinen Lenker. Und wenn ihn streicheln die ganze Nacht. Ja, ist doch toll. Das Wort kann ich mich freuen. Oh, fällt das gut. Nacht.